Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh! Ja! Parat schon, Kontrolle, Chef! Hast du das auch gehört? Oh, ja, Schatz! Oh, Gott sei Dank! Tschüss, Paps! Mach's gut, Sohn! Verdammt! Und nicht, plan sitzen unsere heilige Fanfare! Hey, wir haben sie! Ah... Komm schon, zum Morgen? Ich muss mich anregen... Ups! Ist irgendein Biss? Da ist unser Lagerplatz. Oh ja, ganz ruhig, Rosi. Und Achtung! Also, die Pfadis, wie ihr wisst, besteht die erste Prüfung aus drei Aufgaben. Die erste besteht daraus, eine Hütte zu bauen. Denkt an die drei Wäse. Wasserdicht, winddicht und wolfsdicht. So, jetzt an die Arbeit. Hoi, zack, zack, zack. Äh, hurraa. Hey, das ist dann praktisch. Genau, was ich brauche. Also Acht, so gemein. Stabil, sehr stabil. Oh, wunderhübsch, Rosi. Hip, hip, hurraa. Ausgezeichnet. Aufgabe Nummer zwei. Suche von Trüffelbilds. Ich will, dass die Kübler gefüllt sind. Und zwar bis zum Rand. Ich weiss, dass wir alle auf uns zu feier warten. Zick, zick, zick. Zack, zack, zack. Äh, hurraa. Und passen wir auf. Fallen wir nicht in die Bache. Es hat den gefährlichen Wasserfall ein wenig weiter unten. Ist denn der Karli nicht einfach zu stoppen? Der Ferdl noch so jung und einfach schon so gut. Er ist einfach unvergleichlich. Die perfekte Tarek. Ha, 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 ha. Juhu! Ferdl! Ferdl! Komm rüber, ich brauche dich! Also, ich brauche vor allem deinen Kübel. Da ist alles voll Trüffelpilz. Komm schnell! Au! Aua! So gemein! So, köstlich, die Trüffel, die ihr gefunden habt. So, jetzt gibt's noch ein kleines Gruselgeschichtli. Ui, nein! Oh! Es hat ein Mal. Ein Soil gelebt. Oh, ja. Oh, immer ich. Oh, nein! Oh! Ich hasse den Wald. Die lieben kleinen Soilchen sind fröhlich im Wald rumgehüpft. Und dabei haben sie nicht gemerkt, dass der grosse, böse Wolf schon ganz nah hinter ihnen war. Perfekt. Ich liebe gefüllte Soilchen. Und schon hat der grosse, böse, haarige Wolf sein gierigen Maul aufgemacht. Oh! Und wem soll jetzt die Mami vom kleinen Soilchen das Gute Nachtlied singen? Und wem soll sie das Gute Nachtmündchen geben? Du böse, gemeine, böse, dreckige Wolf! Oh! Oh! Böse, böse, gemeine Wolf! Halt mal! Ich bin ein Wolf! Plötzlich hat der Wolf einen Sprung gemacht. Ah! 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 Nein! Vier holes wie fein! Oh, tu jetzt kommen wir zur letzten Aufgabe. Dir musst der Weg finden. Bradl, du gehst gerade einmal voraus. Pfadfinder, führ meinen H�! Hurra! Der Terminkalender. Ein Telefon, die gesammelten Werke von William Schweinshals, aha! Da durch! Ich bin einverstanden, Kollege Rüssel! Ups. Excusi, wir müssen da durch. Bist du da sicher, Pferdel? Das ist, was der Kompass sagt. Musik So haben wir es gewöhnt! Aha! Ah! Wir versprachen, wie unsere Schwiegerüter, wie alle noch, was uns heilig ist, dass unsere Rüsseli immer super sind, wir immer fit und fröhlich sind und immer, 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 immer für unsere Kameräten da sind. Rüssel! 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 Anfeig bereit! Eh, Landipfadi! Elohim!